Es wird freundlich heute das Wetter, es wird fast warm, um die 15 Grad jüngst, was haben wir denn aktuell für Temperaturen? Ja, jetzt am Morgen ist recht frisch, in Bern zum Beispiel hat es nur gerade etwa 2 Grad, Basel immerhin von kurz 7 Grad und die, die jetzt am meisten freuen, die haben dann zuerst die Sonne, gerade so Richtung Westschweiz, Bern, Solothurn, hier kann sich die Sonne ziemlich bald einmal gegen die Wolken resten und gegen die paar Nebelbänke durchsetzen. Sonst braucht es noch ein bisschen mehr Geduld, aber... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020